Es war der Abschluss der diesjährigen Fastenaktion. Ein großer Tag für das Mariengymnasium in Kaufbeuren. Und etwas Großes beginnt hier traditionell mit einem Gottesdienst. Der Besuch von Weihbischof Florian Wörner sollte für die Schülerinnen auch eine Art Dankeschön sein. Eine Anerkennung für so viel Energie und Leidenschaft. Nicht für sich selbst, sondern für Menschen, denen es nicht so gut geht. Es kommt aus einer Grundhaltung heraus, die Schulen sind ja franziskanisch geprägt. Also dieser biblische Geist, der Geist des Evangeliums, der eben nicht sagt, wir zuerst oder America first oder unser Land zuerst, sondern zuerst die, denen es am notwendigsten, denen das Notwendige fehlt, Gott zuerst und seine Liebe. Und dass das bezeugt wird mit dieser Aktion und darüber hinaus, das ist schon großartig. Doch der Gottesdienst war nur der Auftakt eines spannenden Tages. Denn so richtig zur Sache ging es dann beim großen Bazar im Schulhaus. Überall in den Gängen wuselte es. Mehrere tausend Besucher kamen im Laufe des Nachmittags, um wie Weihbischof Florian Wörner selbst Gebasteltes zu bestaunen oder dem Schwülchor zu lauschen. Die haben sich so viel Mühe gegeben, so viel Herzblut reingetan. Ganz tolle Sachen haben sie gemacht. Marionetten, Vogelhäuser, ganz toll. Super. Alter so. Wir sind einmal von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Dann haben wir uns ganz überwiegend auch bei einer Turnhähler umgeschaut. Ich fand diese Mischung für diese Muffins cool in der Flasche. Das war eine sehr originelle Geschichte. Ansonsten haben wir uns gerade hinten verköstigt und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Sehr viele schöne Bachelarbeiten, mit denen man auch was anfangen kann. Also wo man nicht einfach nur aus Gefälligkeit kauft. Also ich habe schon einen schönen Beutel gekauft. Genau. Und sonst freue ich mich jetzt dann auf die musikalischen Darbietungen. Die Ideen sind so vielfältig und ich finde es eigentlich eine tolle Aktion für andere Menschen, was Gutes zu tun in dieser Fastenzeit. Also ich bin begeistert. Doch was hier an einem Nachmittag über die Bühne ging, bedurfte einer langen Planung. Schon das gesamte Schuljahr hatten die Schülerinnen die Fastenaktion akribisch vorbereitet. Da glich beim Weidendeko-Binden, das sonst so aufgeräumte Klassenzimmer, schnell mal einer riesengroßen Kreativwerkstatt. Während gleich nebenan alte Zeitungen wiederverwertet wurden, um am Ende richtig schicke Wandspiegel zu werden. Und jeder Cent, der beim großen Fastenbasar eingenommen wurde, geht eins zu eins an soziale Projekte. Wir unterstützen sechs Projekte. Die haben wir auch hier im Schulhaus ausgestellt. Wir haben auch die Schülerinnen über diese sechs Projekte informiert. Die Projektpartner waren an der Schule, haben ihr Projekt dargestellt mit Bildern und Wort. Und es sind alles Projekte, die in irgendeiner Weise mit Kindern und mit Schule zu tun hat. In nah und fern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kontinente es sind, aber wenn ich jetzt so nachzähle, sind es glaube ich vier Kontinente, die man da abdecken. Dass soziales Engagement für die Schülerinnen auch Einsatz bedeutet, das machten sie bei der Haarspender-Aktion deutlich. Schnipp, Schnapp und Ab waren die langen Haare. Aus ihnen sollen später Perücken für kranke Menschen gefertigt werden. Bisher haben wir insgesamt 51 Zöpfe gesammelt. Wir haben schon ganz viele Zöpfe im Vorfeld bekommen von den Schülerinnen, die im Sekretariat abgegeben wurden. Und wir hoffen, dass wir heute natürlich mindestens 100 Zöpfe oder noch mehr zusammen bekommen. Sich von alten Zöpfen trennen und anderen damit helfen, was für eine außergewöhnliche Idee. Manchmal ist es so einfach, Gutes zu tun.